Bonjour et salut! Heute möchte ich euch etwas zu den Possessivbegleitern erklären. Einige kennt ihr schon, die werde ich heute wiederholen und im zweiten Teil werdet ihr neue kennenlernen. Erstmal zu dem Begriff Possessivbegleiter. Das ist ein seltsames Wort. Schauen wir uns zunächst den einfacheren Teil an. Begleiter. Das heißt, das Wort kann nicht alleine stimmen, sondern begleitet immer ein Nomen. Ähnlich wie ein Artikel. So weit, so klar. Aber was bedeutet dieses seltsame Wort Possessiv? Das stammt aus dem Lateinischen und bedeutet alles meins. Es geht also darum, wem etwas gehört. Es zeigt einen Besitz an. Du kennst schon mon mame, tentaté, sensassé. Mein, meine, meine, dein, deine, deine, sein, ihre, seine, ihre und ihre. Eine kurze Wiederholung. Mon chien s'appelle Bronco. Mein Hund heißt Bronco. Da seht ihr, mon chien ist blau, das ist männlich. Weil es le chien heißt, müssen wir natürlich auch den männlichen Possessivbegleiter nehmen. Der heißt mon, zur ersten Person Singular. Wenn ihr ein weibliches Tier habt, wie la Tortue, dann heißt es natürlich ma Tortue, s'appelle Amika. Der weibliche Begleiter lautet nicht mon, sondern ma. Im Plural ist es einfacher. Mein chien s'appelle Leo, Theo und Neo. Chien ist männlich und Plural, ihr seht das S hinten dran. Der Possessivbegleiter im Plural lautet me. Hier ist es männlich Plural, aber es ist eigentlich egal, denn wie immer, auch mit den Artikeln im Plural, im Französischen, gibt es nur eine Form. Me doch tu, s'appelle Sue, Chia et Tia. Habt ihr auch das Plural S, weiblich, deswegen ist das Wort rot markiert. Und ihr seht, der Possessivbegleiter lautet ebenfalls me. Es wird also kein Unterschied gemacht zwischen männlich und weiblich im Plural. Genauso wie wir das jetzt für mein, meine gemacht haben, funktioniert das natürlich auch für dein, deine, seine, ihre. Eine kurze Übersicht. Hier seht ihr, ma, ta und sa sind die weiblichen Possessivbegleiter und mon, ta und sans stehen seltsamerweise in dem roten Teil, also weiblich, genauso wie im blauen Teil männlich. Erinnert ihr euch noch, warum? Genau, das war die Regel, wenn ein Wort mit Vokal beginnt, benutzen wir auch bei weiblichen Wörtern den männlichen Possessivbegleiter, damit es sich schöner ausspricht. Wie zum Beispiel mon ami. Egal ob ami männlich oder weiblich ist, es kommt immer mon davor. Ansonsten hieß es ma ami. Das klingt im Französischen nicht schön. Und deswegen mon ami. Im Plural sieht das Ganze so aus. Me, t und c könnt ihr beide für es männlich und weiblich benutzen. Eine Form für alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch nochmal geholfen, euch daran zu erinnern, was ihr schon wisst über die Possessivbegleiter. Und nun könnt ihr euch das zweite Video anschauen, in dem wir euch noch mehr über Possessivbegleiter verraten.